hi leute und herzlich willkommen zurück auf dem crash academy channel ja es ist soweit das isparia prowler concept sale q&a ist vollständig wir haben jetzt alle teile erhalten und ja da wiesen und dozer ihren schönheitsschlaf brauchen müsst ihr jetzt gerade mit mir vorlieben nehmen spät ohne nacht ist es und ich werde euch jetzt noch mal die q&a ist komplett zur esparia prowler zusammenfassen und von daher würde ich sagen direkt legen wir los mit der ersten frage da ging es um die graph left das heißt die sogenannten anti graf triebwerke die unten an der prowler dran sind ob die denn auch ermöglichen dass man die prowler wie ein bodenfahrzeug einsetzen kann und da kann man sagen ja diese technologie ist vergleichbar mit der dragonfly die ist auch kein dezidierter bodenfahrzeug das heißt die ist auch dafür da dass sie sowohl im weltraum als auch über grund operieren kann und genau so wird die prowler auch sein das heißt diese triebwerke da unten dran diese anti graf plattformen die sind sie werden dabei helfen dass dieses schiff eben wirklich sehr gut und sehr manövrierfähig ist auf dem boden aber sie werden es nicht zu einem kompletten anti graf panzer machen das ist noch mal ein bisschen was anderes sie werden nur den piloten dabei unterstützen sehr schwieriges terrain auch damit zu meistern ja damit kommen wir zur zweiten frage und zwar geht es da um die tarneigenschaften die der esperia prowler ja nachgesagt werden und ob der nachbau von esperia dieses auch genauso wahrnimmt also das heißt ob da irgendwas geändert wurde und das schiff ziviler gemacht wurde auf diese art und weise und ehrlich gesagt die antwort von cig war ziemliches bla bla die haben sich ein bisschen drum herum gewunden um den eigentlichen punkt aber im endeffekt kam dabei heraus also grundsätzlich besteht da eine gewichtung zwischen neu und alt auch der technologie die ja schon sehr alt ist in dem ursprungsschiff die dann verbessert werden wurde für und auch angeglichen wurde auf neuere standards und sie können jetzt noch nicht sagen ob das schiff dann eben genau die gleichen stealth eigenschaften hat wie der eigentliche thevarinische militärische vorgänger aber sie sagen wenn es eine veränderung gibt dann wird es vermutlich zum vorteil der spieler da draußen sein und nicht zu unserem nachteil gut nehmen wir so hin dann die große frage die glaube ich sie sich jeder zumindest die redeemer fan da draußen gestellt hat ja prowler versus wie redeemer versus hoplite warum wenn ich jetzt eine fraule kriege warum sollte ich dann die redeemer noch nehmen was ist der große unterschied dazwischen sehr interessante frage da haben sie tatsächlich gesagt passt auf wir gliedern es genau auf die redeemer ist vornehmlich ein ganz schiff das ist ein angriffsschiff die wird in tatsächlich der konfrontation mit anderen schiffen sehr sehr viel besser agieren als die prowler zum beispiel die redeemer hat auch die möglichkeit truppen abzusetzen allerdings nur aktuell auch sechs mann was deutlich weniger ist als die prowler selbst weil sie eben in ihrer hauptrolle ein ganz schiff ist und kein dropship sondern es ist ein anderer völlig anderes spektrum von kampfschiff die hoplite ist eine dropship variante von einem jäger das heißt wir haben hier einen schweren jäger langstrecken jäger die vanguard selbst und die hoplite ist davon eine variante das heißt sie ist wie alle varianten nicht so hoch effektiv wie jetzt zum beispiel ein dafür diesen zweck gebautes dropship und da kommen wir jetzt zur prowler die prowler ist nämlich an sich auch kein reines dropship sie ist ein apc sie ist ein armored personal carrier das heißt sie soll truppen schnell ins einsatzgebiet an die frontlinie bringen sei das beim absetzen sei es tatsächlich nur beim nach vorne preschen über die planeten oberfläche das ist der sinn oder eben natürlich auch von schiff zu schiff im weltraum und schiff zu station das ist der sinn da und da wird sie halt sehr sehr gut gepanzert für sein sie kann eine menge truppen absetzen und sie ist halt genau für diesen einsatz auch ausgelegt das heißt das ist der große unterschied während die prowler im direkten gefecht mit anderen schiffen da nicht so gut abschneiden wird und definitiv da zum beispiel die redeemer dann vorliegt das heißt hier soll man auch noch mit einbeziehen dass die prowler auch insbesondere für stealth einsätze gebaut ist das ist die redeemer nicht zum beispiel hier geht es bei der redeemer um ein echtes gunship bei der prowler geht es auch darin sich irgendwo unentdeckt oder zumindest weitestgehend unentdeckt zu nähern ja damit kommen wir weiter zur geschwindigkeit die prowler wird als relativ schnell oder sehr schnell in ihrer broschüre auch beworben und da sagen sie ja die endgeschwindigkeit im space combat maneuvering mode die wird relativ schnell sein da geht es ist tatsächlich so dass sie wenn sie die endgeschwindigkeit erreicht hat tatsächlich recht flott unterwegs ist allerdings die beschleunigung dahin wird nicht sehr schnell sein das ist auch tatsächlich ihrer masse geschuldet und auch ihrer antriebstechnologie das heißt das wird nicht sonderlich schnell sein was man allerdings nutzen kann oder sollte um zum beispiel schnell abzuheben und schnell aus einer gefahrensituation zu kommen ist dann der boost denn der wird auf jeden fall dafür sorgen dass das schiff eben schnell aus einem aus dem gefahrenbereich kommt allerdings seid vorsichtig dann mit der nutzung dieses boost treibstoff denn der ist sehr wertvoll und die prowler verbrennt den wohl ziemlich schnell wenn sie ihn dann nutzt gut wir gehen weiter zur nächsten frage hier geht es um die reichweite was wird es für eine reichweite haben dieses schiff wofür ist es design und hier ist ganz klar die aussage es ist ein kurzstrecken schiff das heißt dieses schiff ist nicht für lange patrouillen flüge geeignet es ist nicht dafür geeignet lange distanzen hinzulegen es hat auch keinen jump drive zumindest nicht von anfang an verbaut man wird ihn wohl nachrüsten können wie fast allen schiffen bei star citizen aber ist es von anfang an kein jump drive mit dabei das bedeutet wir haben hier tatsächlich einen truppentransporter der für den kurzen weg ins gefecht gemacht ist und nicht für lange rundflüge durch die gegend ich muss persönlich sagen dass mit dem jump drive stört mich echt ein bisschen das schiff ist ziemlich teuer und es ist tatsächlich auch meiner meinung nach sollte das schon drin sein dass man zumindest ein system damit weg kriege weiter springen kann da sollte eigentlich schon jump drive rein aber gut es hat auf jeden fall keinen also merkt es euch und den müsst ihr dann auf jeden fall nachrüsten gut damit kommen wir zur sechsten frage hier geht es um die schränke und möglichkeiten dinge zu verstauen und sagen sie ganz klar ja es wird möglichkeiten geben so etwas wie rüstungen sowas wie waffen und munition granaten sowas alles zu verstauen dafür ist es ein apc ein truppentransporter dass man genau solche dinge darin verstauen kann ja da wird es also möglichkeiten genügend geben um das für mehrere teams auch in mehreren ausrüstungsschichten also verschiedene zusammenstellungen für diese teams auch verstauen zu können siebte frage da geht es dann um den turm oben und die möglichkeit ob man da vielleicht auch scanner einbauen könnte um die scanner zu verbessern und wie überhaupt die sensorik aussieht bei der prowler ja da kann man nur sagen der turm oben ist nur für waffen gedacht da kommen keine scanner ran das ist wirklich nur da liegen nur die verbindungen um wirklich waffen anzubauen und ansonsten ist auch die scanner performance dieses schiffes aufgrund seiner eigentlichen tarn eigenschaften eher mittelmäßig das heißt wir werden hier nicht keine langreichweiten scanner oder irgendeiner konkurrenz zu terrapin entdecken sondern es geht hier tatsächlich ja eher um ein schiff was für genau diesen kampfeinsatz und das sich unentdeckte nähern gebaut ist und da braucht man insbesondere keine großen scanner verlangsen drauf gut eine schöne frage die dann kam war die nächste und zwar ob man mit einer sniper rifle wenn die air shields da in diesem truppentransporter raum aktiviert in rausschießen kann und da haben sie gesagt ja genau das ist der sinn von diesen air shields genau das ist der sinn davon dass man dahinter stehen kann und dann raus ballern kann insbesondere zum beispiel um wenn man eine heiße landezone anfliegt um da auch zusätzlich mit feuerschutz zu geben ja dann eine schöne frage wieder einmal herrlich und zwar da ging es um die möglichkeit ob hinten aus dieser rampe die da auch so raus fährt wenn die türen sich öffnen ob da vielleicht eine dragonfly hinten raus fahren könnte vielleicht die man so mitnimmt nein geht nicht fällt aus könnte knicken gibt keine dragonfly passt nicht mal rein erstens man könnte sie vielleicht irgendwie rein würgen haben sie gesagt aber das würde dazu führen dass es da hinten ja auch keine verankerung gibt also diese cargo system gibt es ja da hinten nicht das heißt das teil fliegt ihr da hinten quer durch einen raum und es wird ein riesen gehänge und gewirge das teil wieder da raus zu kriegen das heißt mit schnellen absetzen und so könnt ihr vergessen nein und das schiff ist wirklich nicht für zusätzlichen laderaum gedacht es wir haben das die vorher erwähnten schränke wird es geben wo man halt waffen reinstellen kann und rüstungsteile und vielleicht noch den einen oder anderen metpen oder sonst irgendwas aber das war's es wird auch sonst keine großen möglichkeiten geben irgendwelche ladung sonst zu transportieren außer eben die truppen für die es gebaut ist es ist ein ziemlich klares spezialist spezialisten raumschiff von den tevarin für einen besonderen zweck gebaut und mit dem muss man dann auch leben weiter geht es dann mit frage 10 und zwar ging es hier um das leihschiff gibt es wird es wenn 2.6 rauskommt da für die asparia prowler für alle die die gekauft haben eine hoplite als leihschiff geben weil die hoplite wird ja dann flight ready und es liegt natürlich irgendwo nah und da sagt CIG ja machen wir also alle ihr da draußen die eine asparia prowler habt ihr kriegt dann automatisch so lange bis die asparia prowler noch nicht flight ready ist eine vanguard hoplite in den hangar und damit könnt ihr nämlich üben das ist nämlich genau der sinn dass ihr nämlich das was ihr mit der prowler machen wollte schon mal so ein bisschen vortesten könnt ja es geht weiter mit der nächsten frage da ging es um ja das weite spektrum an gegenmaßnahmen was versprochen wurde was die hoplite hat ob das denn mehr hätte oder andere gegenmaßnahmen als andere schiffe und da sagen sie nein also keine grundsätzlich keine anderen gegenmaßnahmen es hat nur wirklich das volle spektrum nicht alle schiffe haben das also das heißt es hat chefs es hat flares und es hat decoys nicht alle schiffe haben die auch standardmäßig die prowler hat sie eben alle das sollte das heißen gut weiter geht es mit frage 12 und hier kommen wir dann zu der frage was passiert mit den air shields wenn die gerade aktiviert sind wenn die das power management ausfällt und vielleicht auch die schilde zusammenbrechen über insgesamt vom schiff fallen die dann aus und was passiert dann da drin ja und dann kommt es zur dekompression das ist die klare antwort also wenn die energie ausfällt an bord hat man große probleme und insbesondere dann die marines da drin wenn sie denn nicht einen anzug tragen dann beginnt da nämlich sofort das vakuum sich auszubreiten und feierabend also die sache ist damit geregelt allerdings das cockpit ist abgeschottet das heißt die beiden piloten sind erst mal davon nicht betroffen das ist noch mal separat geregelt ja gut dann mit frage 13 wichtige frage für alle marines die noch mal kurz vor dem einsatz schnelle nickerchen machen wollen hat die prowler denn ein bett und eine toilette nein also ein bett ist aktuell nicht geplant ist sie sind allerdings mit dem innenraum auch noch nicht fertig im design das heißt da wird sich noch viel ändern das kennt man ja auch wenn es dann im white boxing ist grey boxing und so weiter da passiert dann noch einiges noch mal aber es wird auf jeden fall erst mal kein bett geplant sein sie sagen es gibt einen kleinen ready room einen kleinen raum hinter den beiden cockpits der so ein bisschen ja freie fläche noch ist aber der wird wahrscheinlich eher dafür genutzt werden dass da eben waffenschränke und solche dinge noch gelagert werden können und vermutlich eher nicht für ein bett zur toilette übrigens sagen sie gar nichts also ich glaube die gehen einfach davon aus dass ihr marines da eure anzüge tragt und dann eben in eure naja ihr wisst schon was ihr dann machen werdet gut anyway auf jeden fall geht es dann weiter mit frage nummer 14 und zwar ob man diese graph left diese diese anti graph triebwerke unten drunter ob man die auch umkehren kann um sich zum beispiel an irgendetwas ranzusaugen damit hatten sie das boarding im kopf die fragesteller dass die sich ansetzt und die truppen dann aussetzt und sie sagen jein also irgendwas so was in der art werden wir machen wollen wir wissen noch nicht so ganz wie jetzt hundertprozentig die boarding mechanik wirklich aussehen wird wir arbeiten gerade aktuell daran aber es soll möglich sein dass das schiff sich in irgendeiner weise an andere schiffe heransetzt und heran zieht und wurde übrigens auch parallel noch mal von ben lesnik irgendwie erzählt auf twitter hat er das glaube ich beantwortet dass sie also sich tatsächlich heransetzen kann an andere schiffe dann eben wie so eine heuschrecke dran klebt und dann können die truppen sich absetzen und dann eben einen eingang suchen soll möglich sein wie und ob das jetzt nur mit diesem graphplatten zu tun hat oder nicht das will sie an der stelle noch nicht sagen weil die mechanik noch gar nicht da ist gut wir gehen weiter zu frage 15 und zwar eben dieses jahr glas cockpit in anführungszeichen was wo nur durch eine man durch eine seite durchblicken kann dieses transpari stahl würde man bei star wars sagen da ist die frage wird es es nur bei diesem schiff nur bei teverin schiffen oder auch vielleicht bei späteren anderen schiffen im verse geben von anderen herstellern und da haben sie gesagt ganz klar momentan ist es so geplant dass diese art von cockpit verglasung nenne ich sie jetzt mal dass dieses art von 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 ja einsicht glas wirklich nur für die teverin exklusiv ist das heißt sie planen nach wie wir jetzt nicht andere und auch menschliche hersteller irgendwie mit dieser technologie auszustatten oder sie dafür zu nutzen sondern sie sagen nein das ist für die teverin aber sie entwickeln natürlich weitere schiffe bei den teverin also das heißt es ist nicht nur für die prowler sondern es ist tatsächlich für alle die dann noch kommen mögen sei es kleinere oder größere schiffe da können könnten wir dann sowas wieder erwarten oder wieder sehen ja und schluss und letztendlich wollte ich noch dazu fügen sie sagen noch dass sie das gar nicht wie ein extra glas behandeln sondern tatsächlich die als teil der schiffsrumpf diesen dieses verglasung die den piloten ermöglicht rauszugucken aber eben nicht gesehen zu werden sondern das ist tatsächlich gar kein extra bauteil sondern ja ist einfach so angelegt dass es an der stelle durchsichtig ist sehr cool ja wir gehen weiter die frage ist ob es denn die ob die prowler denn ein docking collar mitbringt um ein normales docking auch durchzuführen und da ist die antwort ganz klar nein hat sie nicht die teverin haben diese schiffe mit dem gedanken auch nicht designt an menschliche docking collars ranzukommen die hatten auch einen die haben einen völlig anderen vorgängsweise nämlich tatsächlich diese air shields zu nutzen um die leute direkt auf die hülle zu bringen und sich von da aus quasi durchzuschweißen oder in irgendeiner form einen anderen weg rein zu finden aber nicht tatsächlich an ein anderes schiff anzudocken an das vorgesehene docking collar und dann die von dort aus die das boarding zu beginnen das war nicht der sinn des schiffes und da es peria dann darauf wert legt eben möglichst akkurate modelle raus zu bringen und diesen geist des schiffes auch zu behalten haben sie auch nicht irgendwo anders das ding rein gefräst das heißt ihr habt keinen docking collar in irgendeiner form an der prowler dran ja dann ging es nochmal um das phalanx schild das war dann die siebzehnte frage hier war die große frage gut könnt ihr ein bisschen was mehr verraten über dieses phalanx schild wie das funktionieren soll und was da passieren soll ja sie sind da ein bisschen kryptisch ja sie sagen also wie es genau funktioniert können sie zum jetzigen zeitpunkt noch nicht sagen weil es sehr stark von der schildmechanik abhängt die noch ins spiel kommen soll die jetzt noch gar nicht richtig drin ist nämlich die tatsächliche volle kontrolle der crew über das schild das bedeutet sie haben schon mal gesagt es wird wirklich crew stationen geben wo man sich darauf spezialisieren kann schilde richtig an die richtige stelle zu legen gerade für größere schiffe und großkampfschiffe ist das sehr sehr wichtig später aktuell ist funktioniert diese mechanik noch gar nicht richtig sondern die soll später kommen und dann soll man diese möglichkeit eben bei der asperia prowler besonders gut und diesem phalanx schild der thevarin besonders effektiv nutzen können das bedeutet es wird nach aussage von cg das höchste skill level für einem spieler brauchen in bezug auf schildkontrolle um dieses phalanx schild richtig auszurichten wenn er es aber drauf hat wird es das effektivste schild sein was star citizen kennt also was die raumschiffe da kennen weil es dann wirklich den meisten schaden abhält das ist es die gameplay herausforderung dahinter wie sich das ganze dann genau optisch gestaltet und wie wir uns das vorstellen können da haben sie keine aussage zugegeben nur dass es eben wirklich an der kontrolle des spielers hängen wird wie effektiv dieses phalanx schild ist und es kann halt das maximum da herausgeholt werden ja gut die nächste frage war ein kleiner exkurs das war dann die 18 die vorletzte frage da ging es nämlich um die physik im eva so wie es jetzt ist und wie es später ist nämlich wenn man ja jetzt aktuell im spiel aus einem fliegenden raumschiff herausfliegt dann wird man automatisch sofort auf null runter gebremst das heißt man steht still und normalerweise würde sich ja diese geschwindigkeit oder gar auch die beschleunigung ja fortsetzen weiter wenn man im vakuum im weltraum dann eben aus dem schiff herauskommt und das ist tatsächlich die ganz klare frage wird es auch mal so sein gerade wenn man es überlegt man hat eine prowler und noch ein anderes schiff in gleicher geschwindigkeit dass die marines halt rüber kommen denn ansonsten bleiben die alle wie eine perlenschnur an in der mitte stehen und das war's dann nein also das ist aktuell so wie es jetzt ist noch ein bug das ist tatsächlich einfach nur ein fehler im spiel dass wenn man rausgeht dass man automatisch abgebremst wird das ist nicht so gewollt es ist ein bug um den sie sich zu gegebener zeit kümmern werden sie sagen noch nicht wann und wie aber sie sagen sie wollen es machen denn genau dass dieser effekt den den es in der realität gibt den soll es auch im spiel dann geben und darum werden sie sich darum kümmern allerdings wird es auch so sein dass es nicht unbedingt ein boarding manöver einfacher macht wenn man diese realistische fortbewegung dann auch in der engine hat gut aber das werden wir dann sehen und es wird vermutlich noch eine weile dauern gut und dann kommen wir zur letzten frage die war so ein bisschen ja aus reiner neugier ja nutzt denn eigentlich die ue also die offizielle navy dieses schiff aktuell oder ist es gar nicht im ue dienst ist ja immerhin auch ein teverin schiff und da heißt es nein also die navy nutzt es nicht in großem maße die sind zufrieden mit ihren dropships und apcs die sie von anvil aegis und wie sie alle heißen kriegen sondern das ist tatsächlich ein schiff was auch ein teil der navy ist an bestimmten stellen zum beispiel für trainier aus trainingszwecken übungszwecken oder auch für spec ops kann es benutzt werden aber regulärer bestandteil der ue navy ist es nicht nein tatsächlich nicht so und dann gebe ich euch noch eine zwanzigste frage obendrauf hat sie einen schleudersitz die war jetzt bedoßer nein sie hat natürlich keinen schleudersitz es geht halt hier auch wenn es ein zweisitzer ist rein technisch geht es hier natürlich um größeres schiff und sie hat keinen schleudersitz könnt ihr also vergessen die beiden piloten sind da leider drin gefangen und sie hat nämlich auch keine rettungskapseln das muss man tatsächlich dann als pilot gut timen dass man hinten rausspringt und die air shields noch aktuell offen sind damit man auch aus dem schiff rauskommt wenn es denn explodiert ja ich glaube das war's das waren die q&as zur asparia prowler jetzt habe ich mir hier einen wolf gequatscht ich hoffe ihr hatte trotzdem ein bisschen spaß daran bleibt up to date hier auf dem channel abonniert den dafür und selbstverständlich liked oder disliked die episode je nachdem wie sie euch gefallen hat schreibt mir cool coole kommentare rein wie ihr die q&a so aufgenommen habt ich fand es diesmal sogar ganz gute fragen und letztendlich würde ich mich sehr sehr freuen wenn ihr noch auf unser patreon profil geht wenn ihr uns als youtuber selbst unterstützen wollt ja in diesem sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten mal da sage danke fürs schule zuschauen und see you on the flight deck soja out